Noch herrscht auf der ehemaligen Raketenbasis Pythna die sprichwörtliche Ruhe vor dem Sturm. Doch das wird sich schon in Kürze ändern, denn dann findet hier die Nature One, Deutschlands größtes Techno-Event statt. Was das mit dem Handwerk zu tun hat, mögen Sie sich jetzt fragen. Ganz einfach, das Handwerk liefert die Stromversorgung, sozusagen das Herz der ganzen Veranstaltung. Und das muss schon bereits eine Woche vorher aufgebaut werden. Für Deutschlands größtes Techno-Event sind 2000 Leute eine Woche lang mit dem Aufbau von Bühnen, Getränkeständen und vielem mehr beschäftigt. Darunter auch Marco Kraus und seine Jungs. Die Elektrotechniker aus Koblenz sorgen hier für das nötige Fünkchen Energie und sorgen damit auch dafür, dass der Funke nur beim Feiern überspringt. Denn Sicherheit ist auch hier oberstes Gebot. Dank ihnen steht in diesem Jahr wieder einmal nichts einer rauschenden Party im Wege. Um so eine Veranstaltung in der Größenordnung wie die Nature One mit Strom zu versorgen, bringen wir also hier ca. 150 Stromverteilerkästen hin. Das reicht vom kleinen Schrank, der so für 40 kW ausgelegt ist, bis hin an der Open-Air-Bühne haben wir also den größten Verteiler. Der ist für eine Leistung von so ca. 500 kW ausgelegt. Am letzten Wochenende fand zum 14. Mal die Nature One statt. Auf diesem Festival kommt jeder auf seine Kosten, der die elektronische Musik liebt. In 16 Bunkern und Zelten sowie auf vier Open-Air-Bühnen wird das Flut der Techno-Liebhaber zum Kochen gebracht. Über 300 DJs aus der ganzen Welt kommen für ein Wochenende in den sonst so ruhigen Hund zurück und machen mit ihren tanzenden Fans die Nacht zum Tag. Zur Eröffnung am Freitag, dem 1. August, besuchten die Drogenbeauftragte der Bundesregierung Sabine Betzing und der Staatssekretär des rheinland-pfälzischen Innenministeriums Roger Lewenz die ehemalige Raketenbasis Püttner bei Kastellaun. Die beiden Gäste haben sich im Vorfeld ein Bild von der Veranstaltung und den Sicherheitsvorkehrungen gemacht. Ich bin mit der Musik der Lorelei groß geworden, mit den gedeutigen Festivals. Heute habe ich Verantwortung für die Polizei, muss mir das mal anschauen, schaue es mir gerne an. Will aber auch ein bisschen von der Festival-Atmosphäre hier miterleben. Ich habe selbst Kinder, also man will ja da sich selbst ein Gesamtbild machen können. Das ist ein ganz toller Anlass dafür. Knapp 60.000 Besucher waren an diesem Wochenende auf dem Nature One Gelände. Bereits Stunden vor dem Startschuss warteten viele Techno-Liebhaber vor den Toren, um endlich feiern zu können. Bis spät in die Nacht fuhren Shuttle-Busse, die die Raver vom Koflenzer Hauptbahnhof zum Veranstaltungsort chauffierten. Besonders in den ersten Stunden der Eröffnung konnte man die ankommenden Menschenmassen beobachten. Der Strom, der bei diesem Event verbraucht wird, entspricht der Stromversorgung eines ganzen Wohnortes, in dem ca. 6.000 Menschen leben. Die Hardware, die hierfür benötigt wird, muss ständig überwacht werden. Deshalb sind die Techniker hier rund um die OM-Einsatz, um eine ausfallfreie Stromversorgung zu garantieren. Ich bin mit drei Kollegen hier, um das ganze Festival am Laufen zu halten. Das heißt, bei kleineren Stromausfällen, die möglichst schnell wieder zu beseitigen, damit das Ganze einen reibungslosen Ablauf finden kann. Erst in den frühen Morgenstunden endete Part 1 des größten Techno-Festivals. Aber nicht nur Raver und Fans elektronischer Musik kamen an diesem Wochenende voll auf ihre Kosten. Auch Liebhaber von Rock und Pop bekamen bei strahlendem Sonnenschein einiges geboten. Am Samstagmittag fand ein weiteres Event in Rheinland-Pfalz statt, das viele junge Leute anlockte. Das 11. Rheinland-Pfalz Open Air zog rund 60.000 Besucher in die Landeshauptstadt Mainz. Neben der Musikveranstaltung wurde eine gemeinsame Ausbildungsmeile vom Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau in Zusammenarbeit mit den Kammern in Rheinland-Pfalz ausgerichtet. Die Handwerkskammer Koblenz war mit ihrem Infobus vor Ort und informierte den Nachwuchs über Chancen und Perspektiven einer Berufsausbildung. Man muss, wenn man sozusagen von Seiten der Wirtschaft werben will für Ausbildung und den jungen Leuten auch die Chance zur Information über bestimmte Ausbildungsberufe geben will, dahin gehen, wo die jungen Menschen sind. Die sind hier und deswegen ist es schön, dass die Kammern mit ihren Unternehmen auch hierher gekommen sind. Das ist für die Unternehmen gut, das ist für die jungen Menschen gut. Eine klassische Win-Win-Situation. Ja, wir sind sicher, dass auf andere Weise nicht so viele junge Menschen zusammenkommen würden. Und Unterhaltung auf der einen Seite, aber auch Information auf der anderen, das passt, glaube ich. Am Informationsstand gab es das Handwerk zum Anfassen. Gefragt sind junge Leute mit Kreativität und Fantasie. Dies veranschaulichten angehende Friseure, die auf der Ausbildungsmeile ihr handwerkliches Geschick unter Beweis stellten. Außerdem machten die Ausbildungsberater in vielen Gesprächen deutlich, dass Handwerk für Technikfreaks trendy ist. Wer voller guter Ideen steckt und seine Arbeit persönlich in Stil verleihen möchte, ist dem Handwerk genau richtig. Ich finde es eigentlich gut. Wir wussten es gar nicht, dass es hier ist, aber man kann sich schon mal so informieren und so. Ja, ist gut. Ja, ich bin hier, um einen Ausbildungsplatz zu suchen in dem Bereich IT. Und da gibt es hier sehr viel darüber. Wir wollen halt mal ein bisschen gucken wegen den Ausbildungsberufen, ein bisschen informieren. Damit wir schon mal gucken können, was wir machen, wenn es dann soweit ist, wenn wir eine Ausbildung anfangen. Während in Mainz noch fleißig an der Berufsausbildung gefeilt wird und Stars aus den Radiocharts den Besuchern einheizen, startet auf der Püttner Part 2 der Nature One. Bis morgens um 9 Uhr bringen die populärsten DJs das Blut der Technofans zum Kochen. Ans Nachhause gehen, denkt hier noch lange niemand. Musik Musik Innerhalb von einer Woche haben die Handwerker rund 35 Kilometer Kabel verlegt, um die Nature One zu erhellen und es für die Besucher zu einem unvergesslichen Ereignis werden zu lassen. Aber schon innerhalb von zwei Tagen ist das Ganze dann wieder abgebaut und nach Koblenz zu seinem Ursprungsort gebracht worden.